ja ja online heißt nur die dritte vorbereitung mit onas und mit mir ja ich bin lockt vogel vögel ich bin fahrer war doch schon letztes die ganze zeit ach es ist die immer noch ja wo kelle im abkackt ist die haben wir doch eigentlich fertig jetzt oder nicht ja noch da hat mir nicht fertig rechtlich doch ja da war die telekom die ist ja stimmt die ganze zeit gestorben das darf man jetzt nicht vergessen telekom jetzt ist es jetzt die zweite oder dritte vorbereitung die erste vorletzte glaube ich sogar nee zwei kommen noch ja roturäder der truck kommt genau das spiel schon so ewig nicht mehr gespielt ich schon nein ich nehme meinen eigenen wagen die er team leben eins ist nur auf normal oder was das ist doch immer beim vor oder wir können das weiter machen ist mir yolo das macht einen unterschied am geld also nicht viel oder das bisschen Geld können wir doch scheißen Juhu er rammt mich Alter das ist ja voll schnell Nils was du da hast und ihr Vorteil hat den Singleplayer durch bei GDA muss sagen ich habe eine Fehlentscheidung getroffen Wen hast du am Ende getötet? Trevor Du kannst doch gar nicht töten ne? Ja das habe ich auch später gesehen das hat irgendwie keiner gesteckt ein erster Schritt für Playstation hab ich das auch gemacht genau wie hier ich hier auch wieder durch einfach auf C dann hast du alle drei Kriterien am Ende noch Todeswunsch denkt man irgendwie Frank Limmel geht selbstmord ne? Ja das würde mich auch nicht stören Frank ist sehr langweilig und da haben wir jetzt aber welche gespoiler ja es kann als ausgepickt werden Ach hier was soll ich fahren Ja ich fahr jetzt ja ne schöne Runde Er ist ja nur am Ende beim Abfraunen Naja Soll ja auch nicht lustig sein Soll ja auch nicht lustig sein Wow Profi Driver Ja der hat mich verfuckt genommen Der hat mich verfuckt genommen Oh Relle singt Relle singt Relle singt Ja Kelly du heißt mittlerweile Relle ne? Das ist jetzt offiziell ne? Ja wir haben schon den Pass geändert da steht jetzt Elven Relle John Pogo Punkt Wie kamt ihr denn auf Relle? Komm hatten wir jetzt gestern irgendwie mal geschrieben bei Steam und äh seitdem heißt er jetzt Relle Noch nicht schießen wisst ihr ne? Maske aufsetzen Bart Maske aufsetzen Nee Bade 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 nachdem wir diesen hier schon zehn jahre jetzt geworfen hat ja das lag immer auch nur an der und dann mein internet weil ich glaube das letzte als wir das hier gemacht haben da ist glaube ich tatsächlich wir waren quasi fähig und ich glaube so war das wir sagen auch schon zweimal in den scheiß autos und dann wollen wir da jedes mal raus geschossen er hat man ja quasi schon auf rückweg und dann wurden wir auch immer raus geschossen und nils hat leuchten kurz vom ziel jetzt gibt mir nicht die schuld wenn du viermal oder fünfmal gestorben bist kelle das ist ja jetzt haben wir jetzt schon mal lehnen da haben wir noch ein team leben da irgendwo oben ist es meiner Ja, der hat schon mal gekostet. So. Kerle in weisem Transporter. Ja, Hadi, musst du kurz am Handy was schreiben. Nicht dein Sirius. Doch, mein Sirius. Achso, in den Transporter muss ich hier laufen. Nun muss ich bewegen. Hey, dann kommen wir hier ganz hoch. Was hat Jonas denn schon wieder mehr im Wagen gemacht? Der hat ja schon wieder ein paar Dellen. Geht doch nicht. Ja, die haben alle die Vorfahrt genommen. Ich war nicht schuld. Ich kann praktisch schwer in die Hinterstür mal zugehen. Da, das ist ja schon. Wenn ich gleich nicht weggeballert werde, dann ganz easy. Da auf einmal mit einer Leuchtpistole. Oh nein! Ich bin tot. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Du wirst nicht ernsthaft gerade runter gesegelt. Oh Gott, ey. Alter. Ernsthaft. Einmal mit Profis. Einmal. Ich hab schon mit meinem Leben abgeschlossen. Wieso brennt denn das Auto jetzt? Weil da einer ein Läuftfeuerdings drauf geballert hat. Okay, ich glaub denn jetzt sind das die Karren. Oh. Wo soll ich mitfahren? Ich fahre mal mit Kille mit. Nein, ich fahre mal mit. Nein, du musst mit dem Schwarzen hier mitfahren. Oh, du bist so. Oh. Jetzt steht das doch. Ja, stand da nicht. Jetzt gibt Gas. Habe immer Glück gehabt. Oh shit. Oh, aua, aua, aua. Ich muss eben schnell zumachen. Oh man, ich kann meine Sicht nicht mehr ändern. Ich hab jetzt das denn. Ich bin leichter. Noch fünfmal wieder. Auf 700. Ja, müsst ihr auch irgendwo hin. Jo. Ja. Ich bin jetzt für ein paar Tage alle Alfazone. porter eine Farbe, oder? Nö. Woah, ich bin nicht durch! Ich bin doch wohl. Ich weiß nicht. Ge Jewish. Ja, dieани ist veriembre. Die minca. Naja. Na war doch easy. Wenn ich Kompetenz Nils nicht fast zweimal abgekratzt wäre. Weg da. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Achtung, Sprengung. Wer hat eigentlich seinen weißen Wagen super in der Tat? Weil ich fahren darf. Könnte ich gewesen sein. Joa, Bronze. Juuu. Mit einem Kill. Ich hatte ja um 10.000 bekommen. Eh nicht. Nein, wir haben 15.000. Naja. Uh, Level 60. Da war ja jetzt doch ganz gut auf normal geschätzt zu haben. Weil sonst hätte Inkompetenz hieß, was schon wieder verkackt ist. Oh ja. Und das mehrmals. Wieso mehrmals? Eben, bist du ja abgeballert worden. Denn wäre dir noch runtergefallen. Ja, ne. Auch schwer, wäre ich auch nicht gestorben. Ja, ja. Haben die Videosequenz. Also... Oh ja, mal keine Scheiße da war, ne? Keine Scheiße da war auch nicht. Klar war die Wahrheit. Burn. Ble voulez leben. Das Ganze malicious wird. Ja. Für das habe ich inhalt überrage, Reise auf. Aber das habe ich doch nichts. dass es in die auch eine anderechnz müssen. Ich war Hana eins respuesta.